Meine lieben Freunde, wie ihr seht, seht ihr so viel wie ich, nämlich nur Gebüsch. Die Frage ist, wo geht's da rein? Nein, beziehungsweise bin ich auf den richtigen Dampfer. Ich laufe jetzt einfach mal nach Gefühl. Ich habe nicht wirklich einen Plan. Ich habe nicht nur so eine ungefähre Ahnung. Leute, ich habe tatsächlich gefunden. Und ich hätte direkt davor parken können. Leute, mal wieder ein Militär. Wow, okay. Aber guck mal. Der Vorhang. Alter. Hier ist voll die Treppe. Ach so, die geht nicht über die Mauer. Die geht sonst wo hoch. Auf den Turm. Sieh mal einer an. Ich gebe das. Ich gebe das wohl nicht zu. Ich gebe die Mitte. Na ja, ich gebe das ali. Okay. 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 Und dann schlafen wir wieder. Da ist die Batterie. Wie kommt man da rein? Okay. Okay. Ganz einfach. So, das sind jetzt quasi ... Oh, süß. 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 so pavillons haben die ihr auch gerne hier habt irgendwie versteht jeder kaserne alles so ein ding hier riecht es nach fahrzeug auch benzin presse eine presse Ne, sehr hübsches Bad. Eigentlich habe ich hier etwas Technisches erwartet. Ich habe hier einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben. Dann lege ich mich mal aus dem Hol. Auf den Sonntag. Ganz schön riesig. Was tut da für eine steile Treppe? Da geht es wieder raus. Was tut da für eine steile Treppe? Was tut da für eine steile Treppe? Was tut da für eine steile Treppe? Scheiße. Ich glaube... Das weiß ich so gut. Ja. Der Balmengarten. Okay. Jetzt ist es natürlich auch nicht schlecht. Ja. 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 Okay. Da nochmal hochkicken. Aber hier kommt Schlautwald. Schade. Schade. Was ist denn da? Ein etwas größeres Pavillon. Leute. Die Temperatur steigt. Das war eine Tanke. Die Pavillon. Was ist denn da? Oh nein. Leute. Die habe ich ganz woanders vermutet. Nächster Zug. Schade. Dackelt da wieder. Völlig unbedarft. Irgendwohin. Und da sind sie. Muss ich gerade mal. Weiter geht's Leute. Oder so. Wollt ihr noch ein bisschen. Details. Aus. Musik Musik Aus. Musik Aus. Musik Aus. So Leute, ich habe jetzt ein Teil der Aufgabe erfüllt. Jetzt befürchte ich, Leute, befürchte ich. Kommt der Zweite. Alter Schwede.